Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 5. Dezember 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute niedriger gehandelt. Der koreanische Kospi verlor im Tagesverlauf fast 0,82% und der japanische Nikkei fiel um 1,33%. Der Hongkong-Index Hang Seng verzeichnete mit einem Minus von 1,69% im Tagesverlauf eine schwache Performance. Die australische Zentralbank Reserve Bank of Australia, RBA, belässt den Leitzins wie erwartet unverändert bei 4,35%. Das Währungspaar australischer Dollar gegen US-Dollar, AUD-USD, verzeichnet nach der RBA-Entscheidung und der weniger aggressiven Rhetorik der Notenbanker Kursverluste. AUD-USD verliert im Lauf des heutigen Handelstages fast 0,58% und handelt aus charttechnischer Sicht in der Nähe der Unterstützungszonen, die durch das Tagestief des letzten Handelstages im November festgelegt wurden. Makroökonomische Daten aus China Der Kaiching-Dienstleistungseinkaufsmanager-Index PMI für November liegt bei 51,5 Punkten, erwartet 50,8. Makroökonomische Daten aus Japan Der endgültige Dienstleistungseinkaufsmanager-Index PMI für November liegt bei 50,8 Punkten, zuvor 51,6. Im Vergleich zu anderen Währungen entwickeln sich der australische Dollar und der neuseeländische Dollar derzeit schlecht. Eine etwas bessere Stimmung herrscht unter anderem beim japanischen Yen und dem Euro. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar notiert derzeit leicht unter der Marke von 1,085. EZB-Direktorin Isabel Schnabel erklärte, die Inflationsbekämpfung laufe gut und der Rückgang der Basispreise sei beträchtlich. Sie fügte hinzu, dass weitere Zinserhöhungen nach den Inflationszahlen vom November eher unwahrscheinlich seien. Die Preisdynamik bei den Energierohstoffen ist heute etwas gedämpft. Im europäischen Vormittagshandel verliert Rohöl der Sorte Brand 0,15% und WTI-Öl 0,10%. Erdgas schneidet mit einem Plus von 0,37% besser ab. Bitcoin verliert im Tagesverlauf fast 0,11%, bleibt aber nahe der 42.000 Dollar Marke. Andere Kryptowährungen, Altcoins, verzeichnen etwas größere Zuwächse. Metaverse-bezogene Projekte wie Decentraland plus 6,3% und Sandbox plus 7,9% entwickeln sich besonders gut. Die Edelmetalle handeln in der Nähe der gestrigen Schlussstände, wobei Gold um 0,14% und Silber um 0,04% zulegen. Auf dem heutigen Kalender für makroökonomische Daten stehen unter anderem folgende Daten. Einkaufsmanager-Daten für den Dienstleistungssektor in den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften und den USA, ISM-Einkaufsmanager-Daten für den Dienstleistungssektor in den USA, der JOLZ-Arbeitsmarktbericht aus den USA und die API-Umfragedaten zu den Rohölbeständen in den USA. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker. Finanzmarktföre Finanzmarkt Finanzmarkt burcc